Ruf die Schweine und willkommen zu einer neuen Folge Tech-Town. Alter, ich würde so cool finden, wenn die Portal 3... Es ist so cool, es macht so Spaß. Aber irgendwie, also ich kann das nicht finden, was Leo meinte, dass man durch ein Upgrade beides machen kann. Ich baue einen Labor-Tisch. Ich habe einen Ohrwurm. Ja, ist okay, brauchst du aber nicht mehr sehen. Und ihr jetzt auch alle? Nee, eigentlich nicht. Alter, wie zu schau. Ah, da sind die Upgrades. Fluid Ejector Upgrade, Auto to the First. Andi, bitte, nicht pfeifen. Das Pfeifen fuckt mich so hart ab. Was magst du denn pfeifen nicht, Alter? Es geht nicht um Pfeifen allgemein, es geht um dein Pfeifen. Warum? Hättet mich blind, äh, du hindert. Warum geht es um mein Pfeifen? Weiß nicht, weil dein Pfeifen so besonders grell und eklig ist. Ah! Kieran, pfeif du mal? Ach, weil ich kannst du nicht pfeifen. Ah, aber Leo kann nicht pfeifen. Natürlich kann ich nicht pfeifen, nur Mädchen pfeifen. Also ich weiß zumindest nicht, ob es sicher funktioniert mit dem M-Interface. So, Däumen, was machst du jetzt gerade? Gut. Oh, ich wollte eigentlich ganz schnell die Resonar Dinger noch fertig craften. Aber? Mir fehlt noch ein bisschen Enderium, Inge, da muss ich jetzt noch das... Ha, warte, ich muss jetzt warten, sonst fucken die Zuschauer wieder ab. Beziehungsweise, ich fucke sie ab. Ha, aber im Grunde haben sie total recht, es ist so viel geiler so. Magst du uns auch einweilen? Ja, ja, das, äh, Shift-Fragezeichen, weil mit dem M-E-System ist das ja über. Ja, das meinst du mir die ganze Zeit. Ja, ich mach's, ich wollte es mir angewöhnen. Kieran, hast du eine Saw? Kieran, das System ist weg. Äh, weil ich gerade Sachen dran gesetzt hab. Äh, Saw ist im System. So, ähm, wie machen wir den Strom? Machen wir den Strom oben lang halt. Oh, slow, slow. Oder Output und Input-Richtung war doch eigentlich erstmal egal bei den, äh, äh, Dingsda-Boom-San, ne? Bei den Dingsda-Boom-San? Äh, bei IC2-Geräten. Don't ask me. Don't ask. Aber du hast doch früher einmal alles damit gemacht. Andi, du warst der, der unsere erste... Achso, warte mal, warte mal, ich hab dir gerade gar nicht zugehört. Wir haben unseren ersten Janitor gebaut. Nummer was? Input-Output? Ja, von Items und so. Und Strom, ist alles egal von welcher Seite. Nee. Input, ja. Ah, aber Output ist bei den Bed-Boxen. Ah, ja, aber nur bei den Bed-Boxen. Ja, und halt bei allem, was Energie spielt. Sonst kannst du so rein- und rausballern, wie du willst. Port-Bus. Basic-Import-Bus. So, dann versuchen wir das. Das ist dem pretty egal. So. Däum, fuck mich nicht ab. Halt's Maul. So viel fort. Metal-Former. Dann machen wir doch zuerst den hier. Äh, Import-Bus. Das brauchen wir noch mal bis zum 10 beginnen. Ja, aber wollte Valve nicht bald irgendwie irgendwas Großes wieder ankündigen, meinten Ja, nee, nicht ankündigen, es kommt demnächst was Großes raus. Es kommt demnächst ein dritter Teil von irgendwas raus. Meinten die doch, ne? Ja, hat Gabe niemals angekündigt. Gabe niemals. Aber wann, das Spiel muss ja vorher irgendwann angekündigt werden. Richtig. Wann ist das nächstes Mal, wann ist das nächstes Mal irgendwie so ne Dings? Ne Valve Convention? Keine Ahnung, die letzte war letztes erst. Haben die ne eigene? Ja. Echt, aber warum hört man davon so wenig? Ich glaube, die kündigen das immer auf gängigen Sachen wie E3 und so an. Auf jeden Fall haben die ne eigene, das meine ich. Ja, aber ich glaube, das ist dann nicht so die große. Das ist jetzt nichts. Die lief nicht, die ist nicht groß, aber wir haben ihre eigene. Ähm. Kieran, kann ich dir was helfen? Ähm, warte kurz. Okay, ich warte kurz. Pattern. Warum? Äh, selbst Betest hat ihre eigene. Ja, aber die kündigen da nie was drauf an, oder? Natürlich, Doom 4. Lappen. Ja, das ist... Ja. Also, Doom, nicht Doom 4. So, da ist es. Zack, 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 zack. Äh, so. Das ist ja keine relevante Ankündigung, ne? Nö. Doom ist ja nur Doom 4. Ich dachte, das wäre Doom und nicht Doom 4. Ja, eben. Was denn jetzt? Andi, wer spricht hier selbst? Ich glaube, ich habe das Gefühl, das heißt nur Doom. Das ist irgendwie so ein neuer Trend. Das heißt, ist es nicht SimCity 5? Ist es SimCity 5? Nein, die erfinden ihre Marken einfach neu. Ja gut, außerdem klingt es irgendwann ein bisschen billig. Ich meine, Advanced Warfare ist ja auch nicht Call of Duty 11. Squid in the Jar. Squid in the Jar. Squid in the Jar. Squid, Squid, Squid in the Jar. Warum hast du ein Squid in the Jar reingetan? Guck's ja. Hä, Moment, in was für ne Jar? Frag ich mich vor allem dran. Squid in the Jar. Squid in the Jar Jar. Achso, das ist ne Custom Jar. Ja. Das Ding ist fucking awesome, Alter. Das ist fast schon wie ein Aquarium. Das ist quasi gar nicht wahr. Der macht dich gehört, wird der App-Acting schon mal aufgefallen. Ich meine, die Augen. Achso, ja. Ich gar dürfte, Hörb. Passt, passt, passt. Funktioniert, so. Äh, was brauchen wir denn noch hier? Wir brauchen noch so ein Regal, ne? Ein Regi-Regi-Hole. Lagert von Notregeln. Regi-Regi. Warum lachst du? Weil Regi-Regi gesagt hast. Ein Regi-Regi-Hole. What, 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 what the fuck? Ist doch was alltägliches. Achso, du willst das hier so bauen? Ja, irgendwie so. Ja, oder? Wär's nicht für immer, wenn wir die Ecke ein bisschen, Anführungszeichen, abrunden? Also, wenn, wenn... Nein, ich finde das gerade gut. Meinst du? Sieht das nicht so ein bisschen aus, als hätte es ein Anfänger gebaut? Nein, eben nicht. Also, bei denen mag ich das hier. Weil dann sieht das so cool aus. Hm, sieht cool aus. Das ist natürlich ein Argument. Argument, mag ich nicht. Hast du ihn jetzt doch beschäftigt? Wie ein Däumen? Ja. Nö. Weil er eben... Was denn nun? Ey, was denn nun? Ja, ich halt... Wenn du sagst gleich, dann warte ich doch. Was brauchst du denn? Ja, dann, äh... Hier wollte die Däumen wahrscheinlich nur loswerden. Ja, eigentlich schon. So gemeint wäre Kilian nicht. Äh, so, pass auf. Jan, mach doch mal die Rezepte für so... Für so? Das hat gerade komisch gelegt. Für Solarpanels. Ah. Und bitte mit Shift-Klick, ne? Nö, alles einzeln. Ich bin Zeit-Shift. Also, quasi ganz unten anfangen und dann immer größer werden. Ja, äh, ich glaube, bisher ist drin... Äh, E-Batterie, äh, Bedbox und, äh... Insulated Tin-Kale, so. Äh, dumme Frage, wo sind die Rezepte eingespeichert? Wo kann ich die einsehen? Äh, rechtsklick auf den Computer. Welchen Computer? Den hier, den Block. Das sind genau die Rezepte, die da drin sind. Ach so, den Computer. Ah, kann ich auch suchen? Ähm, nee, dann musst du... Musst du auf dem PC einstellen auf... Ach so, so viele. Da sind ja gar nicht alle 15 Seiten gefüllt. Nee, nee, ist nur die erste. Ach so, ja, dann ist ja alles chillig. Ich dachte... Ich kann's ja auch sortieren. Das hier ist der IC2-Kram bisher. Filz sortieren. Filz. So. Aber ich leg das halt alles einfach hintereinander rein, ne? Also, und jetzt... What? Ach so, ist das... Was? So. Ah, da fehlt zum Beispiel noch der... Der Coil fehlt noch, oder? Ja, ich glaube. Der Coil fehlt. Dann fang ich doch mal beim Coil an. So, ich mach nochmal 64 Petern. Alter, das geht jetzt schon krass schnell. Mit dem Kraften und jetzt für Glowstone. So, hier hast du nochmal Patterns. Ah, genau. Patterns. Und dann, äh, dann diesen, äh, Encoder oder so, ne? Genau. Das ist der rechte hiervon. Warum ist dann da... Ach so, das ist... Warum ist das alte Rezept... Kannst du klären. Kannst du klären. Okay, und jetzt, äh... Erleben wir gerade einen historischen Moment. Wieso? Vor ihm arbeitet. Hä? Alter, ich war damals der Vorreiter mit den Rezepten. Vorreiter. Beton geht auf Vorreiter. Äh, könnt ihr mal kurz aufhören, damit, äh, Scheiße zu machen mit dem System? Ich muss einmal ganz los ran. Das ist ja so einfach, wenn man einfach... Ja. Das ist ein Traum. Warum sehe ich jetzt nicht mehr alles? Wie kann ich das klären? Was siehst du denn nicht mehr? Ah, hier. Jetzt ist alles sehr gut. So. Fertig? Ja, ja. Kannst du wieder breaken. Und das Pattern jetzt einfach in den Computer reinlegen. Genau. Ne? Auf den großen Block. Oh, das ist easy as A, B, C. So, jetzt haben wir ja das komplett... Ist der LV-Transformer? Ja. Der LV-Transformer... Sicher? Das war eine Badbox, die ich, glaube ich, gemacht habe. Ach so, Scheiße. Wie kann man überhaupt sehen, was was ist? Ah ja, genau. Das ist eine Badbox. Genau. Und jetzt mache ich den LV-Transformer. Du kannst auch den IC2-Kram erst mal auf Seite 2 legen. Das ist geil. Muss zwar nur mal durchklicken, aber dann mach das doch gleich mal. Und dann haben wir das erst mal sortiert für die Übersicht. So, und ich gucke gerade. Ich habe jetzt Tin... Hey, ich muss noch mal ins System. Ja, das läuft ja auch gerade. Er muss noch mal ins System. Ich wollte nur Bescheid sagen. Aber ich ändere hier noch mal was, weil so komme ich gar nicht gut immer an die Dinger ran. Das war doof. Bist du fertig? Ja, ja. Ich muss immer nur kurz ran. So, jetzt das LV-Ding. So. Nochmal eine Umplanung. Tuber setzt ein, was auch immer das war. Nein. So. Und jetzt Cable. Bei Portal 2, da gab es am Ende dieses eine Opern-Ding, ne? Ja, aber ich finde es so geil, wenn die Turrets anfangen zu singen, Alter. Das ist richtig cool. Das ist richtig epic. Richtig herzerwärmend. Epicness setzt ein und bläst einem alles. So. Jetzt muss Solar Panel eingespeichert werden. So. Jetzt in die Rolling Machine. Das war die hier. Die beiden Dinger wieder rein. Fürs Solar Panel. Coal Dust. Äh, Coal Dust. Dafür muss Coal pulverisiert werden, ne? Genau. Dann, äh, Macarator hatten wir schon mal. Wie macht man das? Andi, hast du ein System getan? Ja, wie macht man das mit dem Coal Dust? Keine Ahnung. Der stand oben. Dann hast du ihn im Inventar. Ne, Andi ist hier noch in seiner Küche. Als Deko-Objekt. Er ist in der Küche. Ey, lass mal schlafen gehen. Ich kann ihn aber durch den Electric Furnace ersetzen. Ne, 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 ist schon okay. Lol, hier ist ja ein Kopf. Äh, wir können ihn ja gleich bauen. Andi, komm bitte auch mal schlafen. Wir sind sechs Leute auf dem Server. Mama, ich will aber noch nicht schlafen gehen. Irgendwie ist da Lukas' Message komplett untergegangen vorhin. Welche? Irgendwie, weil wir da so beschäftigt waren. Weil dann nichts los sollte. Ah, ne, geht's nicht. Du liegst in meinem Bett? Ist egal. Nein, ist mein Bett. Da hängt auch mein Kopf. Ja. Das ist was anderes. Wir können auch einfach den Macarator schnell einspeichern. Kostet ja nichts. Machst du das, Dolm? Jo. Ja, natürlich mache ich das. Dafür bin ich doch da euch jetzt so hoch auf Könnenpuller. Wäre mal wieder eine Option, ey. Aber da muss auch das Basic Machine Chasing eingebaut werden. Ich frage mich gerade, wie habe ich die Bettbox geladen bekommen? Oder hatte Leo das vorhin gemacht mit einer Batterie? Das könnte sein. Ich kann den Generator ja gleich erst mal daneben stellen. Am besten mit Kohl erst mal betreiben, ne? Tim, wie findest du das, was ich bis jetzt hier demonstriere? Ich würde es ein bisschen weniger hoch überall. Achso, in der Mitte ist, ja. Ist eigentlich ganz geil. Ich finde das cool. Das Regal wird jetzt auch noch gleich gefüllt. Äh, Kilian. Ja. Also für das einen, für diesen Basic Machine Chasing, da brauchen wir jetzt Iron Plates führen, ne? Ja, die mache ich. Das ist ja sowas, was muss ich in die Maschinen packen. Das musst du mal, genau. Darum können wir uns gut an. So, welches? Welches? Wie heißt das? Äh, Basic Machine Chasing. Basic? Äh, Casing, nicht Casing. Casing. Ja, gut. Das ist ja, das ist ein Crafting-Rezept. Nur die Plates, die Iron Plates muss ich in das Ding packen. Genau, die Plates, die machst du. Ich habe das, genau, ich habe das Rezept von Ding, genauso. Gut, dann mache ich jetzt, warte, dann lass mich kurz Iron Plates machen. Äh, wo habe ich sie? Junge, das wird einfach, wenn wir dann die ganzen Upgrades drin haben, dann ist ja Instant Crafting fast schon. Ja, genau. Eigentlich nur fast, das ist ein Instant Crafting. Hast du es gemacht, Kieran? Äh, warte. Ich glaube, ich habe es gerade falsch reingetan. Ja, aber ich meine, ich kann Kieran. Iron Plate ist drin. Super. Genau, dann kann ich jetzt ja das Electronic Circuit einspeichern. Achso, ich dachte, aber den machst du gerade, ne? Du bist gerade auf dem Weg dahin, quasi. Äh, achso, achso. Ne, habe ich einfach vergessen. Ah, ne, ich bin auf dem Weg dahin, stimmt. Hihi. Ne. Ja, doch, das brauchst du noch dafür. Ah, doch, genau, das bräuch ich dafür, genau. Ja, stimmt. Ich bin auf dem Weg dahin. Wohl wahr. Genau, Seite 2 ist unsere IC-Seite. Ähm. Makarator. So, genau, jetzt gehe ich wieder zurück. Solar. Was habe ich denn jetzt gemacht? Äh, Hilfe. Oh, nein. Ich habe das Ding entfernt. Ah, so. Solar. Panel. Solaris. Jetzt kann das Solar Panel. Äh, der Janitor ist, glaube ich, noch nicht eingespeichert. Kann sein. Äh, die Battery ist schon. Der Iron Furnace ist noch nicht. Oh, der normale Furnace ist garantiert auch nicht. Das wollen wir ändern. Äh, wofür braucht man jetzt überhaupt den Makarator? Für Cold Dust, ne? Ja. Sieh, wofür brauchen wir Cold Dust? Für, äh, so. Ah, ja, 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 ja. Ah, das ist schon wieder alles so komplex, ne? So, jetzt haben wir, wir haben jetzt das Komplizierte. Oh, das war jetzt falsch. Ich will den normalen Furnace. Kannst du mir mal kurz das Cold Dust Rezept machen? Oder kannst du mir dann gleich machen, wenn du einen Makarator eigentlich drin hast? So, dann, was brauchen wir noch alles? So, jetzt, zack, jetzt ist das drin. Iron Furnace. Jetzt kann der Janitor kommen. Der Janitor. Janitor, den Code. Cutten, Cables, Cutten. Stück für Stück arbeite ich mich nach oben. So, jetzt, jetzt ist der Janitor da. Jetzt kann das Solar Panel kommen. Makarator? Ist drin. Alles klar. Warte, dann darf ich kurz? Jo. Cable. Huch, HV-Kabel, geht auch. Tin-Kabel. Huch. Zack. Gold Kabel, komm auch gleich mal an. Warte, ich will, Andi, was? Junge, it's fancy. Ich weiß. Warum haben wir ein Sign mit Schatten ist 4? Andi, das ist eklig. Warum? Ich will keine scheiß Spinnen in meiner Küche. Ja, natürlich. Nein, Squirt. Das ist ein Schild, mit dem ich dich gerade schlage. Alter, ich sterbe. Wo ist Wasser? Das ist ein perfektes Schild, mit dem ich dich gerade geschlagen habe. Ist das ein Schild? Warum haben wir so ein Schild? Junge, man kann nie genug gefährliche Schilder haben. Kim, bist du fertig? Äh, ja. Achso, Coal Dust fehlt jetzt noch, ne? Genau. Äh, wie macht man das? Äh, such das einfach mal. Achso, dann, genau. Du musst ein Coal Dust herstellen. Warte, mach mal einen Makarator. Stell mal einen Makarator her. Äh, Makarator. Mache ich mal einen Iron hier rein. Müsste das ja funktionieren. Ja, genau. So. Warum wird er nicht hergestellt? Ach, er ist currently crafting. Ach, noch ist es nicht so schnell. Missing Materials. Ah, warte, ich packe gerade die Copper Cables rein. Ist das Copper Cable Rezept noch nicht drin? Warte, das mache ich gerade. Ist jetzt drin. Ah. Müsste er jetzt machen. Macht er auch. Jetzt wartet er natürlich auf die Maschine, weil die noch nicht die Upgrades hat, ne? Genau, jetzt, äh, ist, nix ist missing, er craftet einfach nur. Ja. Als der, genau. Und irgendwann geht das dann halt instant, wenn die ganzen Upgrades drin sind. Da gibt es die übelste Rotation. Äh, reichen dann die Kabel überhaupt aus? Der braucht dann noch mehr Strom, oder? Wie? Nein, wenn die Upgrades drin sind. Ja, später, ne? Ja. Erstmal hocharbeiten. Erstmal will ich ja Solar Power hinkriegen. Mhm. Ähm, das haben wir. So. Dann, äh, welcher Kram ist denn für die Vrench alles schon drin, dass wir mal eine eigene Vrench kriegen? Das Ding ist doch nicht so kompliziert, oder? Welches Bronze haben wir denn? Bronze. Wir haben keine Bronze. Top. Äh. Also, das Holz hat er mir grad relativ schnell gecrabbt. Tin, Copper. Ja, das geht richtig schnell wegen dem Computer. Einfach Tin mit, äh, Copper. Äh, Copper. Was macht der denn da gerade? Der schneidet hinten die Maschine. Äh, den Gedöns. Ich hab ihn gerade tausend, äh, Wood Planks machen lassen. Nee, irgendwie, der Wetteformer macht nichts. Ach so. Der Leut geht. Hä? Sicher? Worauf wartet der denn? Äh, er craftet ja gerade auch. Aber warum? Das, das, das macht jetzt keinen Sinn. Warte mal. Oder er hat sich irgendwie aufgehängt. Ich mach mal, fordere mal den Makarator neu an. Makarator. Beginn. So, jetzt fehlen wieder Plates. Jetzt macht er wieder Plates. Irgendwas hat grad gesponnen oder so. Ah, genau. Hier sind die Plates. Äh, wieso kann ich den Loftwood nicht pflanzen? Das kann ich ja nicht sagen. Schade. Du siehst so hübsch aus, der Baum. Alter, wie du einfach schon zehn oder so von den... Hä, der macht irgendwie, der macht irgendwie, hat jetzt eine Plate gemacht, aber jetzt will er nicht noch mehr Plates machen. Kehren. Hm. Warum? Das ist mystisch. Warte. Hab ich irgendwie einen Bass falsch eingestellt? Weil der, also eins hat er gemacht, das hab ich gesehen. Aber danach wollte er nichts mehr machen. Ja. Was war's? Eine Plate, ne? Yo, Metal-Former. Also, wir mehrere. Äh, warte. So, warte. Jetzt bestellen wir nochmal Makarato ab und bestellen nochmal neu. Ich hab da so einen Modus umgestellt. Das kann sein, dass der nötwendig ist. Beginn. So, jetzt macht er eine Plate. Äh, also da gibt's einen Modus. Do not push items, äh, wenn... Items if inventory contain items. Das könnte sein, dass er versucht, er pusht die fünfmal hintereinander, aber es geht nicht. Jetzt geht's immer noch nicht. Geht immer noch nicht. Hm. Hm. Vielleicht finden wir... Ne, die sind ja stickable. Hm. Warte mal, es gibt so ein komisches Upgrade. Vielleicht muss man das haben. Upgrade. Wie heißt das? Äh. Was gibt es denn nicht alles für Upgrades? Also, diesen ganzen... Ne, aber eigentlich doch nicht. Hm. Das verstehe ich jetzt nicht. Weil eigentlich, wenn ich das habe... Also, es ist wieder von... Äh. Das ist mystisch. Oh, ne. Ironplate. Exportconfig, exported Items. Hm. Äh, müsste es... Müssten wir gleich mal googeln, wie man den irgendwie richtig konfiguriert. Ja. Äh, Metalformer mit dem... Aber bis dahin könnten wir jetzt erstmal die Folge beenden. Genau. Und bis zur nächsten Folge haben wir das hoffentlich gelöst. Und da bleibt noch zu sagen. Gönnt euch einen Blick in Andys Küche. Lasst es auf keinen Fall bleiben, denn sie ist Fan. Ich bin Nancy. Bis zum nächsten Mal.